Das Handelsblatt Morning Briefing von Teresa Stiens, gelesen von Irene Baumann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 14. August. Und das sind unsere Themen. Frontalangriff. Elon Musk schert sich nicht um EU-Regeln. Stresstest. Neue Zahlen machen die Märkte nervös. Innovationspotenzial. Afrikanische Start-ups bekommen mehr Geld. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie meistern eigentlich andere Unternehmen die Herausforderungen der digitalen und nachhaltigen Transformation? Wer könnte das besser wissen als UnternehmerInnen selbst? In Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast, plaudern UnternehmenslenkerInnen aus dem Nähkästchen und gewähren exklusive Blicke hinter die Kulissen. Wie konnten Ihre Firmen zu den führenden Unternehmen in diesem Land werden? All das gibt es in Erfolgsbilanz, dem Sparkassen-Podcast für Unternehmen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Tesla. Es gibt Menschen, die vergreifen sich im Ton. Und dann gibt es Tesla-Milliardär Elon Musk. Der war vor seinem Interview mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump auf seiner Plattform X von EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton ermahnt worden. Er solle sich an die Regeln des Digital Services Act halten. Der DSA verpflichtet Plattformbetreiber, gegen Hetze und Fake News vorzugehen. Musk hat auf diesen Brief mit einer so vulgären Beleidigung geantwortet, dass sie an dieser Stelle nicht wiederholt werden sollte. Dahinter steckt mehr als eine bloße Internetpöbelei. Musk gegen die EU wird zu einem Machtkampf. Der verrät viel über die Logiken von Reichtum, Einflussnahme und moderner Kommunikation in der aktuellen Zeit. Auf der einen Seite der reichste Mensch der Welt, der in krude Verschwörungstheorien abdriftet und sich mit dem Kauf seiner eigenen Plattformen die Möglichkeit geschaffen hat, seine Ergüsse einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite eine Mammutinstitution, die mithilfe von politischer Regulierung versucht, den Auswüchsen moderner Technologie Herr zu werden. Am Tag nach Musks Mittelfinger in Richtung Brüssel rüstet auch die EU verbal auf. Wenn auch ohne dabei Fäkalsprache zu benutzen. EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber hat gegenüber dem Handelsblatt betont, Zitat, in der EU werden die Regeln vom Parlament gesetzt und nicht von Elon Musk, Zitat Ende. Er hat darauf hingewiesen, dass ein Drittel aller X-Nutzer in der EU ansässig sei. Eine dezente Drohung, denn tatsächlich wäre Brüssel in der Lage, die Plattform in der EU zu verbieten. Alternativ könnte sie gegen X eine Strafe von bis zu 6 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes verhängen. Fragt sich, ob Brüssel so weit tatsächlich gehen würde. Schließlich sind selbst die EU-Institutionen auf X vertreten. Auch die Europapolitiker sind von der Reichweite der Plattform abhängig. Wie sehr, das zeigt die Tatsache, dass Thierry Breton für die Veröffentlichung seines Briefes an Musk ausgerechnet dessen eigene Plattform gewählt hat. Wenn Sie sich dafür interessieren, worüber genau Elon Musk mit Donald Trump gesprochen hat, können Sie sich natürlich das zweistündige Gespräch anhören. Dabei werden Sie von Trump sehr viel darüber hören, wieso es ein Akt Gottes war, das Attentat überlebt zu haben. Und wieso sein Ohr besonders stark geblutet habe, was ihm seine Ärzte bestätigt hätten. Außerdem klagt er darüber, dass angeblich die ganze Welt Verbrecher in die USA exportiere. Von Musk werden Sie dazu vor allem das Wort Yeah hören. Manchmal auch als doppelte Ausführung. Yeah, yeah. Falls Ihnen Ihre Lebenszeit für dieses Gespräch zu kostbar ist, empfehle ich stattdessen die kurzweiligere Lektüre des Kommentars von Handelsblatt-Meinungschef Jens Münchrath. Er bezeichnet das Interview als eine, Zitat, kommunikationspolitische Groteske und einen wirkmächtigen Beitrag zum amerikanischen Kulturkampf. Zitat Ende. Das Meinungsstück finden Sie auf unserer Website www.handelsblatt.com. Märkte Seit dem Börsenbeben vor einer Woche haben sich die Aktienkurse in den USA, aber auch in Europa deutlich erholt. Doch die Märkte bleiben sensibel und schon steht der nächste Stresstest an. Heute werden die US-Verbraucherpreise für Juli bekannt gegeben, morgen folgen die Einzelhandelsumsätze. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für die Stärke der US-Wirtschaft. Die Angst vor einer Rezession in den USA hatte zuletzt für die massiven Kursverluste gesorgt. Der prominente Fondsmanager Jens Erhard hält weitere Rückschläge für die Konjunktur in den Vereinigten Staaten im Handelsblatt-Interview für wahrscheinlich. Doch trotzdem verbreitet er vorsichtigen Optimismus. Die jüngsten Kursverluste seien eine notwendige Korrektur und nicht die Vorboten eines Börsencrashs. An einen großen Wirtschaftseinbruch glaube er nicht. Afrika Es herrscht wohl über keinen anderen Kontinent so eine große Unwissenheit wie über Afrika. In der Berichterstattung deutscher Medien geht es meist um Islamisten in der Sahara, um Flüchtlinge in Libyen oder um Hungersnöte in Äthiopien. Technologische Trends, innovative Potenziale oder wirtschaftliche Detailanalysen einzelner Länder hingegen finden sich nur sehr selten. Deswegen freut es mich umso mehr, dass meine Kollegin Katrin Witsch gerade für einige Monate als Reporterin in Kenia unterwegs ist. Sie beschreibt, dass einige große US-Tech-Konzerne wie Uber, Netflix oder Alphabet Afrika für sich entdeckt haben und dort in lokale Neugründungen investieren. Damit stemmen sich afrikanische Start-ups gegen den globalen Trend sinkender Investitionen, wenn auch weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Besonders beliebt bei Investoren ist Kenia. Dahinter folgen Nigeria, Ägypten und Südafrika. In Kenia hätten sich die Bedingungen für Jungunternehmen in letzter Zeit deutlich verbessert. Das berichtet Katrin Witsch. Zitat Das sagt Calvin Kebati. Er ist Gründer einer digitalen Management-Plattform für kleine Shops, Friseure und Spas in Nairobi. Doch die investierten Summen sind im weltweiten Vergleich immer noch sehr gering. Etwas weniger als 4% der weltweit investierten Start-up-Förderung fließt in afrikanische Länder. Vor allem die politische Instabilität in einigen Ländern schreckt Investoren noch ab. Auch in Kenia haben vor allem junge Menschen zuletzt gegen schlechte Bildungschancen und die Korruption der politischen Eliten protestiert. Wissenschaft Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf eine wissenschaftliche Erkenntnis hinweisen, die Auswirkungen darauf haben wird, wie Sie Ihre eigene Küche betrachten. Spanische Biologen haben herausgefunden, dass in manchen Mikrowellen ein eigener kleiner Evolutionsprozess stattfindet. Dabei entwickeln sich neue, bisher unbekannte Mikroorganismen. Ähnlich wie an Orten mit extremen Bedingungen wie hydrothermalen Schloten oder dem antarktischen Eis entstehen auch in der Mikrowelle besonders resiliente kleine Lebensformen. Sie müssen sich jetzt also entscheiden, ob Ihre Küche ein Versuchslabor für potenzielle biotechnologische Anwendung werden soll oder ob Sie doch lieber mal Ihre Mikrowelle putzen möchten. Dann bekommen Sie zwar keine Superbakterien, dafür aber eine genießbare und gesundheitlich unbedenkliche warme Mahlzeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Sie in Ihrer Küche nicht von neuen Lebensformen überrascht werden. Es grüßt Sie herzlichst, Ihre Teresa Steens Wir alle schätzen echtes Handwerk. Das gilt im Kleinen wie bei der Zubereitung des perfekten Cafés und im Großen wie beim Investieren oder Anlegen. Bei UBS haben wir Banking zu unserem Handwerk gemacht. Ob in der Vermögensverwaltung, im Investmentbanking oder im Assetmanagement. Wir integrieren ständig neue Technologien, innovative Ansätze, sorgfältigste Recherchen und die besten Insights unserer Experten. Das bedeutet Banking für uns. Nicht nur Arbeit, sondern echtes Handwerk. Erfahren Sie mehr auf ubs.com slash craft.